Ich hab euch ja gesagt, dass es keine gute Idee ist, einen Schlafwandler aufzunehmen. Wenn ich doch nur aufträumen würde. Oh, oh. Es ist schon spät. Gehen wir heim. Das glaube ich jetzt nicht. Er fragt, ob er uns mitnehmen soll. Hey, wem haben wir das wohl zu verdanken? Es gibt nur eine Sache, die ich mir noch mehr gewünscht habe. Darf ich dich bitten, Schwester? Und halt dich schön fest. Aber klar. Vielen Dank, Mondeinhorn. Danke, dass du gerufen hast, sagt er. Danke für dieses schöne Geschenk. Ich, ich lag einfach falsch. Kleine Schwester, du bist wirklich verrückt. Aber das ist es, was ich an dir liebe. Mo! Dein Anhänger! Was? Hier muss irgendwo ein Kristall sein. Meinst du etwa den hier? Das ist ein Geschenk von unserem Gastgeber. Ein weiteres Herzkristallstück. Das Orakel hatte recht. Wenn andere denken, dein Lied sei ein Scherz, es schafft eine Brücke tief in ihr Herz. Vielen Dank, Mondeinhorn. Michael Horst. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.